Folge, letzte, äh, nächste Folge. So, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, da kommen wir hoch. Mir ist wichtig, dass wir diese Geist-Leviathan-Jungen, die jetzt hier noch rumrennen. Oh, siehst du das? Es ist grün. Ihr wisst, was das heißt? Ja, das heißt, dass wir hier kurz aussteigen müssen. Das will ich scannen. Nein, danke schön. Ja, ja, das war jetzt, das war ganz großer Blödsinn. Aber vorher mache ich, glaube ich, noch ein bisschen Platz. Ja, ein Zeug, ist hat der Mann dabei. Okay, ja. Lassen wir gelten. Nur schnell mal, sonst nix. Und wieder rein. Und was geht's da? Weiter hoch. Es geht weiter hoch. Was ist das? Was ist denn das? Egal, ich will da hoch. Ich will jetzt einfach hier raus. Ich bin alles andere als klaustrophobisch, aber... Aber es ist jetzt einfach gut. Das hier ist schon der Lost River. Ein fast normales Biom. Ja, ja. Hier war ich schon mit dem Krebs allein. Also ein Eingang. Wow. Wow, wow, wow. Groß, groß, groß. Wenn wir irgendwo hier größere Ansammlungen an, äh, Dings finden. An. Wow, Knochen. Das sollte man alles mal gesehen haben. Was ist das da unten? Nicht das, was ich brauche. Okay. Die sind mir relativ egal, die beiden. Aber da hinten geht's weiter. Und zwar weiter hoch. Das wollen wir. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich hab ja alles da. Ich hab doch alles da. Ich hätt's gern heute fertig gekriegt, ganz ehrlich. Jetzt, äh, kommt's natürlich auf meine Frau an, wie lang heute ist. Ach, komm. Nein. Was? Bitte? Das glaub ich aber nicht. So, schauen wir mal, ob das irgendwas Wichtiges war. Hallo? Oh, lächerlich. Lächerlich. Ich darf mich auch angreifen. Er kann mich mal. Ja, ja. Ja, ja. Du hast dein Ziel verfehlt. Was ist denn? Gut, 600 Meter. Lächerlich. Ich krieg die Taucherkrankheit. Aber wie kommen wir hoch? Wo ist der Ausgang? Oder können wir hier hoch? Ich glaub, das schau ich mir mal an. Ah, vorher. Komm. Was bitte ist das jetzt? Ich erschrecke doch immer. Ich wollte aussteigen. Ist da irgendwas zu sehen? Nein. Und da geht's nicht hoch, oder? Das ist einfach nur Musik. Ich glaub, das ist ein Graben. Ich glaub, wir kommen hier hoch. Oh, oh. Warte mal. So. Müssen wir uns drehen und dann einfach aufsteigen. Wir versuchen das. Wir versuchen das. Was ist das denn? Das ist kein Raumfragment. Oh, wie Billo. Was ist das da? Nur zu wissen. Gold. 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 Oh, 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 oh. Echt jetzt? Ne, ah, ah, sagt, dass das nicht wahr ist. Bin ich jetzt vielleicht an die... Oh Gott. Da ist ein normales Wrack. Nein, einfach hoch. Einfach hoch. Alter. Willkommen. Tu so Oberflasch. Es ist weit weg. Aber ich bin außerhalb der Gefahr. Alter Schwede. Ich würde sagen, 100% kommt hier. Inflankt, emergency speed. Warning, vessel concrete. Excessive noise. Egal. Fällig egal. Oh mein Gott, ist das toll. Hier ist er. Ist das so wunderschön, oder? Wir kriegen es heute fertig. Ich mache zwar nach der Folge eine kurze Pause, um nach Freunde Bescheid zu geben. Ja, hier ist es jetzt auch nicht mehr warm. Das ist aber egal. Weil wir gleich da sind. Die Wracks können uns mal. Oh, ist das toll. Oh, die Kapsel 17. Ja, ist mir egal. Komm. Wie weit noch? Ja, es ist weit. Es ist weit, aber es lohnt sich. Ja. Oh, wie normal. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott. Moment, wo ist denn die Seemotte? Die Seemotte ist ja gar nicht da. Ich muss zu den Kameras. Die Seemotte ist nicht da. Ich muss zu der Kamera. Und die ist hier ganz in der Nähe. Ich bin gleich bei meiner Basis. Wo ist denn? Ah, da. Ich glaube, das habe ich immer noch da in der Nähe. Ich meine, meine Basis ist zwar jetzt hier im Moment nicht so, äh, mehr. Aber. Wo bist du, Basis? Ich will dich wiedersehen. Du armes, geschundenes Ding. Da ist sie. Da ist die Basis. Wo? Wo? Ja, das ist nichts Tolles. Aus. Wo ist denn? Da ist sie. Ne, das ist die hier. Ich brauche die Station. Ich bin zu Hause. Einmal nochmal extra echt an die Oberfläche. Einfach nur. Mal so lange hier ist. Und da ist sie. Das will ich. Das brauche ich. Das habe ich. Was kann ich hier bauen? Ist es hier? Neptun Rettungsrakete. Was braucht man dafür? Ja. Ich brauche diese Titanbarren Computerchip Blei. 4 Blei, zweite Titanbarren Computerchip. Haut ihr bitte mal ab. Das wäre es doch, wenn sie mich jetzt noch ganz kurz einmal wegmeschen. Nein. Oh fuck, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Was ist hier eigentlich? Habe ich irgendwas dabei zum Schießen? Nein. Na komm. Willkommen ab, Captain. Alle Systeme online. So. Wo haben wir das Ding? Das ist es nicht. Zeig mir doch die Plattform. Zeig mir, wo sie ist. Äh. Okay. Ach komm. Egal. Ja, wo hatte ich sie denn? Ich weiß, das ist doof. Blei. Ich habe auch wieder vergessen, was es ist. Äh, Titanbarren. Müsste ich ja auch noch welche woanders haben. Ich weiß auch wo. Ähm, warte. Titanbarren, zwei, Computerchip und Blei. Computerchip, den habe ich doch... ... 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 Es ist Endspurt, tatsächlich. Wir brauchen noch ein bisschen was, aber ich glaube, wir haben alles. Es war kein Speedrun. Das ist es so. Das heißt, ich muss jetzt erstmal... Ja, klättern. Nein, nicht drauf. Okay. So, jetzt müssen wir da hin. Erstmal rausfinden, was wir brauchen. Okay. Das ist es. Wow. Da springe ich nicht rein, da komme ich mich nicht mehr raus. Das wäre der doofste Tod von allen. Okay, das wird noch ziemlich viel. Ich speichere an der Stelle mal. Nicht so. Versorgungsturm, Plaststahlbarn, Kupferdraht und Schmierstoff. Schmierstoff, Schmierstoff. Ähm, Moment. Einmal Schmierstoff, einmal Plaststahlbarn. Das wäre total toll, wenn ihr jetzt da mal abhauen würdet. Warum müsst ihr denn unbedingt da... Ich muss da wegfahren. Äh, das... Titanbarn. Lithium. Ja, gut. Okay. Also. Äh, Titanbarn. Wie viel? Einer? Zwei? Äh, oh. Nein. Äh, alles hier drin. Äh, Lithium. Lithium hatten wir so viel. Ah, und Schmierstoff. Okay. Was war das? Oh Gott, Hilfe. Das war gerade ein bisschen gruselig. Äh, Lithium. Wollen wir schon mal gucken. Können wir Plaststahlwaren machen? So. Dann fahren wir... näher ran an. An das Ding. Südwesten. 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 Wieso sehe ich das? Finde ich aus nicht. Da. Okay. Einfach nur, damit wir es mal gesehen haben. So. Schön da ran. Auftauchen. Engine powering down. Äh, eh. Ich weiß nicht, ob wir alles haben, aber ich glaube, wir haben alles. Ein Versorgungstum. Oh ja. Auf den bauen wir jetzt. Alter. Alter. Ich vergesse die Zeit. Boah. Guck mal. Was für ein Plaststahlwaren alles kann? Einer. Ein bisschen Schmierstoff. Ich glaube, wir bauen noch ein bisschen. Ich bin gespannt, wo wir überhaupt noch mal auf Ressourcen suchen gehen müssen. Okay. Neptun Haupttriebwerk. Machen wir in der nächsten Folge.